Hallo, in diesem Video zeigen wir euch die Wallfahrtskirche Maria Geburt in Ebbthausen. Ebbthausen ist ein Ortsteil der Kurstadt Bad Königshofen in Bayern und die Kirche liegt auch an dem Wallfahrtsweg. Die Kirche wurde Mitte des 18. Jahrhunderts im Rokoko-Stil erbaut. Von außen sieht sie recht einfach aus, jedoch verbirgt sich im Inneren ein tolles Deckengemälde von Georg Anton Urlaub. Die Gemälde haben den Einfluss des berühmten Venezianer-Malers Giovanni Battista Tipolo, denn Georg Anton Urlaub erlernte bei Tipolo die plastische Malerei. Also jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen mehr von dieser tollen Kirche. Wenn ihr in der Nähe von Bad Königshofen seid, dann lohnt es sich wirklich da mal vorbeizuschauen. Und ja, jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen mehr. Und ja, jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen mehr von Bad Königshofen. Und ja, jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen mehr von Bad Königshofen. Und ja, jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen mehr von Bad Königshofen. Und ja, jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen mehr von Bad Königshofen. Und ja, jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen mehr von Bad Königshofen. Und ja, jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen mehr von Bad Königshofen. Und ja, jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen mehr von Bad Königshofen. Und ja, jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen mehr von Bad Königshofen. Und ja, jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen mehr von Bad Königshofen. Und ja, jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen mehr von Bad Königshofen.